Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Da sind wir wieder. Weil we were here together. Mit dem Bram. Ja, wir haben uns letztes Mal extrem gut angestellt. Und dann kamen die Barstühle. Ja, wir sind halt 200 IQ. So, und da verstehe ich jetzt auch nicht, was der Hass soll, Alter. Wir haben... Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Bram, aber bei mir waren die Kommentare schon harsch, sag ich mal. Ja, viele haben meins gemeint, wie kann man so dumm sein? Ja, und also jetzt auch retro-perspektivisch muss ich sagen, ich fand das mit dem Fahrstuhl echt knifflig. Echt krass. Und ich finde, ja, klar sitzt man da dann länger dran. Zum Beispiel, ehe wir entdeckt haben, dass die Fahrstühle Symbole haben. Gut, das hätte man eher entdecken können. Ab da ging es dann auch deutlich besser, aber ja. Gut, fokussieren wir uns einfach hier jetzt aufs neue Rätsel. Bitte seid da ein bisschen nachsichtiger. Wir machen das hier blind und klar, dauern dann mal Rätsel länger. Ja, aber dafür ist es ja ein Rätselspiel. Genau. So. Ich habe den Schalter da mal umgeschaltet. Ja, hier ist jetzt orange. Ah, wir trennen uns hier. Ja. Eine Sache hat... Da verstehe ich tatsächlich, dass die Leute bei mir triggered waren. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie... Du hast zu mir gesprochen über dieses Walkie-Talkie mit einem Knopf. Und da war die ganze Zeit so ein Symbol bei mir in der Mitte des unteren Bildschirms, wo ich einfach nur das Fenster... Da war so ein Fenster. Und das habe ich nicht weggedrückt. Und ich gucke mir das so an und ich denke so, alter, was bin ich für ein Mensch? Ja, sowas ist natürlich ein Mensch bei Kacke. Okay, also du kannst zu zweit. Ja, dann laufe ich hier lang. So, was haben wir denn hier? Blau und orange. Achso, das war ein roter Schalter für eine rote Tür. Oh, lol. Okay, roter Schalter für eine rote Tür. Ah, ich laufe jetzt gerade durch so... Ah, ja, ja, ich sehe es. Ähm, Drehtüren. Hier ist ein blauer... Ich kann dir eine blaue Tür aufmachen. Ja, gerne. Geil. So, dann bin ich jetzt hier in der Drehtür. Äh, jo. Moin. Hi. Ah, jetzt hier wieder die rote. Achso, ach scheiße. Dann muss ich jetzt zurück. Weil hier ist wieder der rote. Aber blau lässt du... Ah, scheiße. Jetzt ist hier die andere blaue Tür zu. Okay, mach nochmal blau. Ich mach nochmal blau. Äh, jetzt. Dann mach ich jetzt rot. Dann machst du jetzt wieder blau. Jopp. Aber ich schätze, ich muss hinterherkommen. Das erfahren wir gleich. Du musst halt orange... So, jetzt ist hier wieder blau. Ja, so, ja, also mit der... Genau, wir müssen orange aufmachen. Ich glaube, du musst den anderen Weg laufen. Kommst du noch... Kamst du noch weiter? Da war auch orange. Das heißt, bei dir hier hätte noch irgendwo... Ja, du müsstest auch rechts wieder lang kommen können. Scheiße. Hä? Ah! Äh, hier. Da. Ist noch eine blaue Tür. Pass auf. Du bleibst hier stehen? Ja. Mach mal den blauen. Ja. So, dann mach ich... Jetzt machst du den blauen nochmal? Ja. Jetzt mach ich den roten. Jetzt machst du den blauen nochmal. Ja. So, Moment. So, und jetzt kann ich nämlich hier durchlaufen. Und jetzt gehst du zurück. Zum roten. Genau, zum roten. Ey. Ich kann nicht in die Richtung. Wieso nicht? Musst du vielleicht den blauen machen, damit sich das ändert? Ich probier mal. Hä, wieso? Manchmal blockt er hier. Kannst du jetzt die Drehtür in die andere Richtung machen? Nein. Nein. Ey, warum nicht? Kann ich hier... Kann man hier zurück? Moment. Wie verhält sich die Drehtür? Jo, du könntest hier... Äh, du könntest hier einfach dann durch zurück. Okay, dann komm ich zu dir. Hä, das ist ja komisch. Das hab ich jetzt noch nicht geschneit, wie die Drehtür in sich verhalten. War ja anscheinend... Ne, okay. Was soll ich drücken? Rot? Rot, genau. Aber hier ist jetzt die blaue Tür davor. Achso. Dann müsstest du... Ah, deswegen... Jetzt muss ich hier blau nochmal aufmachen. Und so. Ja, jetzt mach ich rot. Jetzt kannst du nochmal blau machen, bitte. Sonst komm ich nicht hinterher. Jo. Moment, ich mach dir jetzt nochmal blau. Ehre. So, jetzt lau ich hier durch. Und jetzt musst du nochmal rot machen. Äh, blau machen, Entschuldigung. Ich wollte schon sagen. Okay, jetzt kannst du orange. Moment, wo bin ich hier? Jo, jetzt kann ich orange. Geil, mach. Das Ding ist... So, jetzt folgendes. Kurz Pause. Ähm... Ich hatte ganz am Anfang bei mir, ganz rechts, eine orangene Tür. Kommst du da jetzt hin? Ne, ne? Ne, ich bin da ganz links. Ich komm... Mal gucken, wie weit komm ich jetzt wieder zurück? Also, ich hab hier jetzt eine rote Tür vor mir. Aber du musst... Kannst du die blaue nochmal aufmachen? Damit ich wieder zurückkomme? Ja. Schön. So, und jetzt ist frei. Ne, wir brauchen jetzt noch rot. Oh, jetzt brauchen wir nochmal rot. Okay, kann man hier durch jetzt wieder zurück? Ne, warte. Ich mach hier mal. Kannst du jetzt zurück? Nice. Ne. Ja, warte, aber... Ah! Okay, guck mal. So. Ah, ja. Aktivier nochmal blau, bitte. Jo, jo, jo. Wir brauchen... Wir mussten nur zur Orange kommen. Und jetzt alles gut schieben. Jetzt musst du nochmal rot machen? Äh, ne, rot kann ich nicht machen. Ne. Hä? Achso, scheiße, warte. Du musst nochmal rot machen. Ja. Kommst du durch jetzt? Jo, und jetzt musst du nochmal rot machen. Nochmal? Ja. Warum? Achso, weil die letzte... Damit die letzte Tür aufgeht. Ja. Genau, so, jetzt sind wir durch. Wenn du hier wieder hinkommen kannst. Jo. Easy. So, Leute. Ne, so macht man das. So. Was jetzt? Ja, könnt ihr jetzt auch nichts mehr schreiben, oder? Ne, ja. Jetzt haltet ihr mal eine Scheiß... Äh, Arschfresse. Ja, wirklich. So. Speedrun. Bram hat vorhin nachgeschaut, wenn man alle Rätsel kennt und da wirklich da nicht durchkommt, dauert das Spiel 19 Minuten. Ja. Kannst du die Pistole aufnehmen? Ja, warte. Äh, ne, aber ich hab ne Notiz. Ach, du hast was speichern, oder? Kann das sein? Äh, ja. Jetzt was speichern. Hast du jetzt ein Fenster bei dir in der Mitte? Ne. Okay. Vielleicht hab ich mal rechtsklick gedrückt. Okay, hier ist ein tolles Feld. Ja, das merken wir uns, das Symbol. Ja, das sind so ein... So ein Stern mit Zacken. Ja, ja. Und da vorne können wir rein. In die Olga. Abgedet. Wer hat eigentlich das Scheiße, den Scheiß hier gebaut, ey? Ja, ne? Keine Hobbys. Ah, das hier kann ich bedienen. Ah, hier ist auch ein Symbol. Weiter, ich bediene das jetzt. Pass auf. Dann muss ich vielleicht draußen gucken. An der Brücke. Das würde vielleicht Sinn machen, weil in der Mitte hast du auch das richtige Ding da. Die Frage ist, ja. Ähm. Du bist mal irgendein Knopf. Ah, ja. Das war jetzt der Mond. Und... Neeein! Jetzt bin ich tot. Was passiert mir? Was? Ich bin wieder da. Ich bin in den Tod gefallen. Neeein! Okay, also, wenn du da was drückst, dann ändern sich hier... Kommen hier Platten runter oder hochgefahren. Oh, lol. Okay, dann... Was ist da gerade hochgefahren? Die Sonne. Die Sonne. Die Sonne mit den Punkten. Okay, wo ist hier jetzt die Sonne? Habe ich die verändert? Ja. Ah! Und die... Achtung, ich mach die mal weg, ja? Ja. So wär sie weg? Nee. Okay. Hä? Immer noch hier. Ich hab immer noch Stern und dann Sonne mit Punkten. Stern, Sonne mit Punkten. Ist sie so weg? Nope. Hä? Okay. Ich schieb mal ein bisschen rum. Ja, ich schieb mal ein bisschen rum. Ich sag dir jetzt Bescheid, wenn was passiert. Immer noch nix... Gar nix passiert hier. Okay, äh... Achso, so vielleicht? Nee, auch nicht. Ja, äh... Also ich probier... Das Ding ist, den Stern kann ich nicht verschieben. Okay. Warte mal. Aber du hattest gerade einmal Stern und dann Mond. Das hat auch schon funktionierend. Ach echt? Ja. So? Nee, die Sonne war dann weg und da, wo die Sonne war, war quasi der Mond. Ich weiß auch nicht, wie du das gemacht hast. Also ich kann nur sagen, was ich hier gesehen hab. Tut sich gar nix, der? Nee, tut sich überhaupt nix. Alles kaputt gemacht. Warte mal. Lass mal dich einmal mit Knüffeln spielen, oder? Schon ist die Brücke am Arsch. Ach nee, ich probier gerade wirklich richtig viel rum. Also ununterbrochen. Dann bewegst du auch die Sonne? Ja, aber die verändert sich nicht mehr. Oder wie bei dir? Nee. Die verändert sich auch vielleicht sehr richtig. Warte, ich guck, ich guck, ich guck. Ich muss mir einmal das mal angucken. Ah, jetzt kommt der Mond hoch. Hä? Jetzt wird der Mond wieder hoch. Nein, ist die Sonne auch weg! Weil ich den Raum verlassen hab, vielleicht? Jetzt ist nur die Sonne wieder da. Jetzt ist der Mond auch da. Aber du hast den Mond noch nicht eingehakt. Ja, hier war gerade so eine rote Schnur. Jetzt ist da eine rote Schnur. Warte. Jetzt ist... Jetzt haben wir... Jetzt ist der Mond wieder weg. Du musst halt quasi den Mond hochfahren und den dann einrasten. Okay. Ähm... Ja, dann muss ich kurz mal ein bisschen... Ja, jetzt hast du die Sonne losgelassen. Jetzt ist hier weg. Ich weiß, ich weiß. Ich muss... Ich muss Platz schaffen. Alles gut. Die Frage ist, wo muss der Mond einrasten? Ähm... So, jetzt ist der Mond wieder da? Jetzt... Jetzt war Sonne da und Sonne eingerastet. Okay, aber... Was? Und der Mond? Der Mond fährt jetzt hoch, ist aber noch nicht eingerastet. Jetzt fährt der Mond wieder runter. Okay. Jetzt fährt er hoch. Jetzt ist er oben. Aber... Jetzt ist er unten. Das Element ist noch locker. Jetzt ist er immer noch oben. Jetzt fährt er aber wieder runter. Nee, der ist immer noch oben. Okay. Okay. Okay, warte. Äh... Dann probieren wir jetzt erstmal so. Jo, jetzt hast du eingerastet, den Mond. Jetzt ist er wieder ausgerastet. Hä? Ich habe aber nicht... Okay, warte. Äh... Jetzt kurz ein... Jetzt ist es drin. Jetzt ist es verschlossen. Jetzt kann quasi... Na, Mond ist... Jetzt wieder offen. Mond ist offen. Ich... Mond ist zu. Ah, und wenn du die Sonne... Äh... Also wenn du... Ja, jetzt Mond runtergefallen. Weil du das offen gemacht hast. Nee. Wenn du die Sonne... Äh... Sonne offen machen würdest... Vielleicht sollst du... Vielleicht fahr mal den Mond nochmal hoch wie gerade. Dann checkst du das vielleicht. Dann erklär ich dir das. Jetzt komm mal her. Jetzt ist der Mond wieder verschwunden. Musst du aber etwas festhalten. Egal, ich kann dir trotzdem erklären, was hier passiert. Ja. Das hier passiert gerade. Oh Gott, jetzt werden beide fallen. Verstehst du jetzt, was passiert? Ja, ja. Wenn die Hebel hier umklappen, dann sind die eingerastet. Genau. Und dann, wenn nicht, dann... Ja, jetzt sind sie wieder offen und dann fällt es runter. Aber warum gehen die auf? Die waren doch eben eingerastet. Ja, die gehen auf und wieder einrasten. Warum gehen die auf, wenn man da rüber geht? Ja, jetzt kommt der Mond. Oder ist das einfach so ein Zeit... Ja, aber der Mond ist nicht. Tschüss. Ja, ich hab nur überlegt, ob das so ein Zeit-Event ist. Weißt du, dass das normal ist? Dass man dann einfach gucken muss, wie man rüber reint, wenn es fertig ist. Ja, genau. Aber ich glaub, du bestimmst das. Oder hast du es da drin bestimmt. Aber... Also ich stehe da drin ein bisschen auf dem Schlauch. Guck dir das mal an. Ja, ich komm auch gerade an. Weil... Ken... Also... Die Sonne liegt jetzt beim Stern an. So... So hatte ich gerade den Mond. Dann meintest du, so wäre der eingerastet. Muss man also... Ja, so. Nee, so ist der nicht eingerastet. So ist der nicht mal da. Aber da war dann so eine... Goldene... Warum leuchtet das jetzt da? Das sind einfach mögliche... So, jetzt müsst ihr eine... Das ist... Das ist... Das ist, äh... Jetzt ist die Sonne immer noch da. Scheiße. Hey, das macht irgendwie wenig... Wieso sollte der Stern jetzt die Erde sein? Dachte ich. Ich habe einfach gegäst. Hm, okay. Ja, aber... Vielleicht hat es was mit den Symbolen zu tun. Also es sind ja alles so Symbole aus dem All, sag ich mal. Ja. Da ist ja ein Planet mit einem... Na, hier wie beim Jupiter, die Scheiße drumherum. Ja. Wo eine Sonne... Dann eine Mondfinsternis. Oder... Oder... Nee. Ja. So zwei Planeten voreinander. Sterne an sich. Ein Komet. Und... Äh... Eine Galaxie. Milchstraße. Ja, oder Milch... Kannst du denn die Erde... Also den Stern in der Mitte bewegen? Nee. Der ist fix. Vielleicht muss ich den slow and steady... Ja, der ist fix. Vielleicht muss man so von der Distanz her... Guck mal, vielleicht... Ist ein Komet ganz... Also warum ist der Stern die Startposition? Guck mal, ich guck mal, ob sich was verändert hat. Äh... Nee, hat sich gar nichts getan. Das ist halt... Alles. Ein bisschen merkwürdig. Ja gut, der Prinzip dahinter ist easy. Aber man sieht auch nicht, dass irgendwie... Irgendwann an einer Rüstungsstelle eingerastet werden muss. So, ich glaube... Wofür ist denn der Schalter hier eigentlich da? Hä? Oh, das ist Reset. Welcher Schalter? Der hier an der Wand. Oh, den hatte ich gar nicht gesehen. Im Moment jetzt Reset. Mal gucken, wie das jetzt steht. Ja. Wahrscheinlich nichts. Oder? Doch, die Sonne ist da. Ja, die Sonne. Ja, also Stern und eingerastete Sonne. Okay. Ähm... Danach kam der Mond. Danach kam gerade der Mond. Ich guck einfach mal. Noch kam nichts hoch. Scheiße. Also... Wann muss der Mond sich gerade irgendwie... Ich gucke gerade manchmal noch um, ob ich irgendwas sehe. Ja, lass uns darüber sprechen. Also, hier ist halt das Prinzip, die Symbole müssen alle an der richtigen Stelle sein. Genau, aber woher wissen wir das? Genau. Es ist halt die Frage, bedarf es einer Reihenfolge? Ähm, weil... Hier können ja quasi Symbole in einer Linie stehen. Jetzt kam der Mond hoch. Hä? Jetzt leuchtet hier das auf einmal. Jetzt ist der Mond wieder runtergefahren. Jetzt leuchtet es nicht mehr. Manchmal leuchten die Bahnen. Aber random. Ich habe nichts gemacht. Muss man irgendein Zeitfenster abpassen? Hast du draußen irgendwas gemacht? Ich habe gerade legit... Ich bin nur rumgelaufen und... Wo kam der Mond auf einmal? Guck mal, in den Himmel. Ist da irgendwas, was sich ändert? Nö, schneid einfach nur. Nö. Also, hier können... Danke. Hier können auf jeden Fall... 1, 2, 3, 4, 5... Symbole komplett vertikal in einer Linie sein oder horizontal. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 8 Symbole. Man könnte aber auch so eine Schnur machen. Nach draußen. Also, hier hat leider auch nicht irgendwo... Jetzt bin ich fast da runtergejumpt. Irgendwo, weißt du, die Reihenfolge, wo ich mir das vorstellen könnte. Ich gucke mich hier gerade nach oben. Versuche es zu sehen. Dahin? Lass uns vielleicht nochmal... Die Umgebung draußen ein bisschen... Ja, genau. Da bin ich gerade am gucken. Jetzt hat sich... Okay. Ein bisschen umschauen nochmal. Ich habe auch versucht, auf der anderen Seite an einem Schloss was zu sehen. Ja. Aber... Weil es irgendwie die gleichen Symbole ist oder so. Aber ich habe zumindest noch nichts gefunden. Warum ist die scheiß Sonne hier? Das ist doch eigentlich der Schlüssel. Wenn wir verstehen, warum die Sonne hier ist, verstehen wir wahrscheinlich das Prinzip des Rätsels. Warum ist das jetzt passiert? Ja, weil wir da irgendwie zu nah... Die ist doch eingerastet. Warum kippt die runter manchmal? Jetzt ist der Mond auf einmal da. Hey, das muss mit diesen Türmen zu tun haben, oder? Also, Rant... Wir standen ja beide gerade draußen. Wir haben nichts verändert. Und auf einmal... Passieren hier Sachen. Warum? Hier gibt es irgendeine... Zeitliche Abfolge, oder so? Äh... Ich probiere einfach mal gerade was. Was ist des Rätsels Lösung? Hm. Äh... Warte mal. Würdest du ja bei dir eigentlich überhaupt irgendwas? Nee, nee. Ah. Das war ich schon von einer Reihe. Eventuell... Wüsste ich was? Und zwar... Draußen... Der Stern hat ja zwei lange Seiten und zwei kurze Seiten. Ja. Und draußen liegt der ja so, dass die langen Seiten... Quasi nicht... Da links und rechts gucken. Genau. So, und dann gucke ich mal, ob ich die Sonne so auch positioniere. Dass das so ist. So zum Beispiel. So, irgendwie. Ah, das heißt, nach der Perspektive müsste entweder... Der müsste... Je nachdem, wie rum der liegt, auf der kurzen Seite müsste entweder die Sonne... Ja, oder auf der anderen Seite halt. Ja, wenn da jetzt nichts ist, dann probiere ich es jetzt mal auf der anderen Seite. Ähm... Wie machen wir das? Ach du Scheiße. Warte mal, ich muss da erstmal ein bisschen Platz drüben schaffen. Äh... Oh, Mann, Alter. Ja. Ja. Ähm... Jetzt schaffe ich die Scheiße da drüber. Und wenn das nicht irgendwas passiert... Vielleicht löst das ja aus Versehen. Ja, ja. Rätsel gelöst. So. Oh. Hä? Oh, sorry. Ich habe rechts nicht gedrückt. Alter, ich dachte schon. Aber es ist auch nicht so irgendwie, seit man die echte Sonne sehen würde. Das Ding ist, aber so sind auch gar keine Verbindungen. Also. Ich habe jetzt quasi den Stern, die Sonne und den Mond so positioniert, dass sie halt auf der rechten Seite aneinander liegen. Aber sie haben so ja gar keine Verbindung auch. Ich glaube auch, dass der Schlüssel eher so ist, was man für eine Bahn macht. Gibt es an den Türmen irgendein Symbol, woraus man vielleicht so eine Bahn ableiten könnte? Ja, nur das ist das, was ich ja auch gekauft habe. Guck mal, da oben ist ein Symbol. Das ist so ein Dreieck. Also an dem lilanen Ton drin. Ja, das ist so ein weiblich Zeichen mit einem Dreieck drüber. Ja, genau, genau. Warte, da drunter ist noch ein Symbol über der Tür. Da ist ja auch so eine Pyramide mit einem Dreieck drin. Ja. Ich habe es auf jeden Fall auch noch nicht gecheckt, worum es geht. Wie hast du vorhin dafür gesorgt, dass der Mond und die Sonne zumindest kamen? Ja, auch wenn es nicht durchgehend war. Ja, da habe ich das so gemacht. Beobachte das jetzt mal. Ja, ich renne gerade wieder raus. Und manchmal... Ne, 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 hier. Guck dir das mal hier an. Achso. Guck mal, auch jetzt. Jetzt leuchtet die Sonne. Und manchmal sind da so Bahnen zwischen den Symbolen dann. Leuchtet bei dir auch die Sonne? Nur wenn ich, äh, ne. Also wenn ich da mit der Maus drüber gehe, dann ja. Okay, ja, dann ist ein Anzeigebug bei mir. Aber manchmal sind die Bahnen, also diese Spurrillen, die sind dann auf einmal, die leuchten dann manchmal. Also manchmal jetzt, so wie es jetzt ist, der Stern, Sonne, Mond, manchmal war da so eine goldene Linie. Hä? Jetzt leuchtet es da immer noch. Bei mir. Ne, bei mir leuchtet es da nicht. Oder ist es ein Anzeigebug? Ich gehe mal raus. Geht es nach Umlaufbahn? Ja, aber was ist... Der Stern, hä? Also der Stern ist hier ganz alleine draußen. So, Moment. Geometrische Figuren, Kreise links. Ein Stern mit vier Zacken. So, vorhin hattest du... ...glaub ich auch mal so gemacht. Aber jetzt wird sie wahrscheinlich nichts getan haben, wa? Ne, gar nichts. Alter, hier lohnt es sich gerade richtig, unsere beiden Aufnahmen nebeneinander aufzuhaben. Ja, hier ist krass, ja. Ja, aber das muss ja schon Sinn machen, dass einer da steht, weil das kann doch nur einer an diese Konsole rangehen. Ja. Das Ding ist, was ist der Job von dem Typen, der hier draußen ist? Wahrscheinlich einfach nur sagen, ja, so ist richtig, so nicht. So wie wir vorhin, so ein bisschen. Ja, aber das ist Try and Error? Ja, das wäre... Aber das war halt so... Auch so random. Ich habe teilweise drin nichts gemacht und hier draußen sind Sachen passiert. Warum? Ich bin gerade auch einfach nur so rum. Ja, hier passiert gar nichts. Das Schlimmste, da wird überhaupt nichts passiert. Ach, vielleicht muss man sich auf die Symbole draufstellen, der da draußen ist. Weil sie sind ja... Ja. So nacheinander. Vielleicht locken die erst ein, wenn man auf dem Symbol drauf ist. So eine Beschichtung. Warte mal, da bringe ich die Sonne nochmal kurz da dran. Jetzt wäre die Sonne dran. Okay, hier kommt nichts. Oh doch, doch. Jetzt, oh. Jetzt war sie gerade kurz da, jetzt ist sie wieder weg. Oh, Moment. Dann mal nochmal so. Ja. Sonne ist da. Warte, jetzt probiere ich mal, mich auf das Symbol zu stellen von der Sonne. Jo, jetzt habe ich hier eine leuchtende Linie. Und jetzt ist der Mond da bei mir. Okay, Moment. Aber es ist noch nicht eingeloggt. Ja, okay, dann heißt es, ich gucke jetzt, wo ich den einloggen muss. Und du musst nur sagen... Jetzt ist er eingeloggt. Jetzt gehe ich auf den Mond drauf. Ja. Jetzt kommt der Planet. Der Planet ist jetzt oben mit der Umlaufbahn. Okay, fuck. Okay, wir müssen das nochmal neu machen. Okay, ich weiß jetzt hier, wie es geht, aber ich muss es nochmal neu machen, weil ich mich am Anfang jetzt ausmanövriert habe. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Lol. Dann war das jetzt echt der Clou, dass man draußen auf den Symbol stehen muss, damit du drinnen was angezeigt bekommst. So, also die Sonne ist jetzt da. Ja, da kann ich mich jetzt draufstellen. So, jetzt kriegst du den Mond. Jetzt fährt der Mond hoch. Ja, ist eingeloggt. Soll ich auf den Mond drauf? Ja. Jetzt fährt der Planet hoch. Eingeloggt. Soll ich drauf? Ja. Sterne. Also dieses Glitzer. Drei Sterne. Okay, kannst du auch drauf? Ja. Universum. Links ist eingeloggt. Rechts aber nicht. Rechts wäre der Komet. Der ist nicht eingeloggt. Moment, was möchte ich denn da hinschiebe? Nee. Ah, der Komet ist es als nächstes. Okay, also nach Sterne kommt Komet, ja? Nein. Das Ding ist, nach Sterne teilt sich der Weg. Und es kommen zwei. Einmal die Milchstraße. Da stelle ich mich jetzt zum Beispiel mal drauf. Ah, okay. Ich habe das Prinzip verstanden. Auf der rechten Seite, also das wäre der linke Pfad von den drei Sternen aus. Und auf der rechten Seite wäre es der Komet, wo ich jetzt sterbe. Okay. Jo, jetzt hast du mir alles geklaut. Okay, pass auf. Ich muss die Sachen hier so verbinden, dass wenn du eine Abzweigung hast, ich auch hier bei mir eine Abzweigung habe. Okay. Aber die war ja erst sehr spät. Genau. Also das heißt, wir machen Sonne, dann Mond. So, dann kannst du vom Mond auf den Planeten. Dann kannst du auf den Stern. So, jetzt stehst du auf dem Stern drauf, ja? Ja, links ist eingehakt. Also deine Milchstraße da, die ist eingehakt. Die ist safe. Okay. Und der Komet aber nicht. Nein. Okay. Was passiert? Ich muss jetzt einmal die Sonne klauen. Ja, sehe ich, Alter. Mal gucken, was passiert. Stehst du noch? Ja. Hinter mir ist jetzt einfach das Sonnenfeld weg, aber der Rest steht. Okay, das Mondfeld ist jetzt auch weg. Ja. Okay. Du stehst immer noch auf dem Stern, ja? Ja. Okay, ich klaue dir jetzt mal den Satuern. Ja. Und jetzt. Ja. Ja? Okay, da gebe ich dir jetzt den Kometen. Der ist noch da. Der ist noch da. Okay, aber jetzt hast du den Kometen trotzdem. Ja, der ist eingeloggt. Okay, dann stell dich mal da drauf. Okay. Jetzt kommt hier diese zwei Planeten. Die zwei Planeten. Okay, Moment. So nicht. So nicht. Und jetzt. Ja. Dann kommt wieder der Mond. Ja, dann da drauf. Jetzt kommt die Sonne. Das Problem ist, wie kommst du hinterher, Bram? Ja, gucken wir dann mal. Okay. Okay, die Sonne kommt jetzt. Dann bleib auf dem Mond stehen. Ja. Ah, shit. Äh, geh mal zurück mit dir auf die zwei Planeten. Ja. Hast du auch noch auf den Meteor zurück? Ja. Okay, geh mal. Okay, da kurz warten. Ja. Moment, so. Du musst da hin, du musst da hin. Ich muss die Sonne erst da hinschieben. Ich glaube, ich muss drüben was machen, damit du nachdenkst. Ja, du hast jetzt sofort den Weg dann bis zur Sonne. So, so, so. Dann muss ich es erst mal wieder verstehen. Scheiße. Ja, das wirst du schon verstehen. Das erzählst du dir sonst. Moment, zwei Züge noch, dann hast du, dann könntest du bis zur Sonne durchlaufen. So, du kannst jetzt auf Planeten. Ja. Dann kannst du auf Mond. Ja. Dann kannst du auf Sonne. Okay, ich bin drüben. Ja, ich bin drüben. So, ich gucke mich jetzt hier kurz einmal um. Mach das. Nice. Du bist drüben, Alter. Bist du schon mal gut. Hier ist eine verschlossene Tür. Dann ist hier so ein... Yo, da ist die Brücke. Ach so. Hä? Aber ich bin eingeschlossen. Ja, Moment, ich komme. Ich renne über die Brücke. Äh, Bram? Ja. Ach, du bist durch diese Haupttür gegangen da, ja? Ja, wo die aber eingeschlossen ist jetzt. Da ist alles hochgefahren. Ja, Moment, ich gehe jetzt rechts lang. Links müsstest du. Ich bin in den rechten Turm rein. Du musst in den rechten Turm rein. Dann muss ich in den linken Turm rein. Oh, ich habe jetzt Black Screen. Jetzt. Ach, du Scheiße. Ja, Moment, da komme ich nicht hoch. Wie bist du denn da reingekommen? Moment, Moment, geht mal ganz kurz, dass wir einmal kurz hier oben sehen. Hier lacht einer. Ob ich hier irgendwo hin kann. Hier lacht einer. Ich kann auch nicht zurück. Also, ich bin jetzt... Ja. Hier, da komme ich auf keinen Fall drauf. Was ich noch habe, ist die Hauptholz-Tür. Bist du da durchgelaufen? Nee. Keine Ahnung. Renn einfach mal irgendwo rein, wo du kannst. Öffnen. Bin ich. Jetzt sei auch Black Screen. Okay. Verklärt es jetzt? Hm. Also, bei mir hat es auch eine Weile gedauert. Ich dachte, es wäre abhängig von dir gewesen. Aber es hat dann einfach lange gedauert, bis der Black Screen weg war. So, dann heißt es, wir sind an unterschiedlichen Stellen jetzt in den... Ja, jetzt bei mir auch. An unterschiedlichen Stellen in den Turm reingegangen. Okay. Offenbar rechtlich, ja. Ich habe hier Bücher liegen. Aber echt, ich habe hier ein paar Symbole an der Wand und auf dem Boden und so ein Brett. Oh, hier läuft es auch. Bücher mit den Nummern 1 bis 9, 6, 6, 10. Nee, Moment. Ich habe 1, 3, 4, 6, 5, 10, 2, 3, was habe ich da noch? 7, 9. Und so Linien dazwischen, die das halt bewegen. Also quasi, ich gehe davon aus, dass ich dir sagen muss, was du tun musst. Ja, ich habe hier auf jeden Fall ein Feld. Oh ja, das habe ich auch noch. Links ABCDE und oben 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Da habe ich Symbole drauf. Zwei, nee, drei Blätter, eine Flamme und einen Blitz. Jo, habe ich auch. Und dann habe ich, und das Ganze steht, also diese Tafel, ist ja ein Podest quasi, also so ein, ne, hat einen Fuß drunter, einen Sockel und da auf dem Boden sind auch nochmal Symbole gemalt und da ist auch offensichtlich eine Reihenfolge angezeigt. Ich kann dir noch eine Tür aufmachen. Nee, die kann ich so nicht öffnen. So, ich könnte jetzt hier auch bedienen. Und an den Wänden habe ich jetzt hier so ein paar Ziffern. Ähm, jetzt die Frage, Bram. Jo. Wollen wir an dieser Stelle unterbrechen oder wollen wir dieses Rätsel jetzt noch machen? Ich habe, wir haben ja keine Ahnung, wie lange es dauert. Äh, wie du möchtest. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Mir soll es gleich sein. Ja, wenn das jetzt halt wieder so ein Fahrstuhl-Ding ist, wo wir jetzt in der Dreiviertelstunde nochmal dran sitzen, wäre es vielleicht gut. Klar, gut. Nee, dann, ähm, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir wissen es halt nicht, ne? Ja. Guti, dann, äh, nehmen wir das mit ins Bett. Und, äh, hoffentlich dann nächste Woche, wir versuchen es auf jeden Fall, geht es dann weiter. 12.57 Uhr. Mittagsschlaf, sagst du, ja? Mittagsschlaf, ja. Und, äh, checken wir uns dann auf jeden Fall ab, wie wir das hier lösen können. Wir haben heute schon 200 IQ-Play gezeigt. Ja, voll. Das war krass. Dann, wir bedanken fürs Zuschauen, lass like da, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Lü. Tschüssi.